guten tag hallo ich habe ihr gerät fertig bei euch war hier die taste gebrochen so sieht der bruch aus ich habe euch die verstärkte version eingesetzt in der länge und in der breite verstärkt das gerät funktioniert bei euch ist der filter verstopft wenn man jetzt einen testfilter von mir nimmt läuft alles einwandfrei das war von euch der filter wenn ihr möchtet kann ich euch auf dem weg einen frischen mitgeben und ja das war die zweite problematik die erste problematik gaben sie an dass hier die verbindung locker wäre nach einer optischen kontrolle und einschätzung sind hier alle kontakte intakt hier ist nichts kaputt diese verbindung elektronische verbindung die hat immer ein spiel weil die nicht fest verbaut ist sondern gesteckt ist das ist auch normal und hier die führung die aufnahmen die sind nicht kaputt nach der zeit ist das leider so bei allen verbindungen dass da ein spiel entsteht aber sie können sich vielleicht ihre stange optisch mal angucken ob hier einiges kaputt ist oder alles in ordnung wenn das so ist ist ein spiel mit der stange normal auch ein spalt normal wegen der häufigkeit rein und raus ansonsten bin ich mit der arbeit durch vielen dank für die arbeit und für das vertrauen tschüss tschüss